so gucken wir doch eigentlich mal ja dieses komische video das haben wir da ja bei challenge ja gucken wir doch mal dass man die belohnung schon vorher erfährt wo sieht man eigentlich die challenges noch mal select a mission kannst du vorher mal mit julie reden das ist schon so ein bisschen her julie ich habe so wie ich höre machst du dich gut machst du dich auf der mission gut ganze ganze sehringe schaffst du sie überhaupt zu schaffen ist schon ein erfolg danke aber wusstest du dass quill s und s plus rengel vielleicht wenn du dich richtig gut ja weißt du bist jetzt mein agent als hätte ich es einfach gewusst ach hier manager challenges ja clear first sumeragi in seven minutes or less ok mit rang b oder höher müsste jetzt klappen schatters ach so oh 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 ja ja was heißt das also es gibt die kulturelle am ende aber was heißt oder ähm oder geht es darum dass diese oder geht es um diese wenn die die nach unten fahren und ja diese dinger die nach unten fahren würde ich denken und dass man da vorher durch kommt was kommt danach nach sub aquatics ok b oder höher ok aber probieren wir noch mal das erste level und dann was ist denn hier ach so das ist die eingangsmission dann probieren wir den noch mal um beste zeit naja ok das kriegen wir jetzt schneller hin ich müsste eben auf den klo gehen da ist eh diese mission jetzt kannst du das eben alle das schaffe ich keine sorge in bis hin bis hin paar minuten ja oh man na jetzt geht's los ja verdammt jetzt habe ich ja noch mal diese aqua waffe Aua egal durch einfach Wumms äh Mist hier gibt's nix also hoch ja da will ich nicht hin ich will weiter Na 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 verdammt so weiter geht's inwieweit sind wir schon zeitlich keine ahnung ich sollte das lieber nicht so machen also wie war das noch mal ein bisschen schnell sein und b-rang schaffen ja ich glaube dass b-rang wird ein bisschen schwierig weil ich mich immer wieder treffen lasse aber ich glaube tode zählen da auch noch mit rein vielleicht also geschwindigkeit tode ist doch normalerweise also das ist ja in der feuermission kein tode trotzdem im ziel an deswegen weiß ich vielleicht weiß einfach wenn er mein weiteres lang gedauert ja das kann natürlich sein ob es so gut es war gut finde ich aber das heißt auch dass die bosse wieder da sind also weil normalerweise in den megawatt spiel kommen die bosse ja nicht wieder ja ist aber cool finde ich finde ich okay so schwupp aha ich finde das auch schön dass man mit diesem teil schweben kann mit so ein bisschen rumst na komm geh auf und durch so unter sieben minuten hieß es unter acht glaube ich oder unter acht und ja und acht okay ich meine ich kann mich auch für in der wahl nein okay kannst du die mission nicht während der mission nachschlagen im menü irgendwo vielleicht scheißegal das brauche ich jetzt nicht zu machen ich will durch hier also hier meine ich hier nee da geht's nicht hoch okay also ich meine direkt direkt nach diesem sehr langen wasser teil war schon in der stage ja das würde ich auch sagen aber ich weiß bei keine ahnung sind ja und hoch da jetzt kommen glaube ich die schatter oder da komm ich doch nie so durch dann aber vielleicht gibt es andere beziehungen wo man das einfacher macht ja shit ich sterbe hier erst mal liegt das daran dass du deinen skill aktivierst und letztendlich dass das wasser elektrifiziert wird äh nee also ich habe auch so ähm schaden bekommen und warum ach jetzt gibt es das auf einmal nicht mehr na gut egal vielleicht geht das ja nicht wie man die stage nochmal machen sollte ist das dann nicht wichtig genug okay so hoch einfach weiter ja koch hier so und jetzt schauen wir mal so funktioniert das also da muss man halt sein da muss man halt sein da muss man sein super metroid training ein bisschen ans laufen bringen ja so sieht es aus ah shit komm schon wir sind fast oben neuer skill ah okay also einen neuen skill für den unteren bildschirm den du da reinschieben kannst du da nice nice so und wir sind oben und wir sind jetzt zumindest nicht mehr in gefahr was das wasser angeht du hast noch mindestens drei minuten echt ja drei oder drei minuten scheiße ich weiß ja aber meinst du das schaffe ich für den boss dann ja auch noch denkst du echt das ist ja nicht ach so das ist ja auch noch das könnte doch ein bisschen enger werden aber ja ja okay jetzt geht es weiter zack und hier waren wir am ende kurz vorm ende oder ja ich habe ihn auch ganz kurz erteilen ja naja es war nur mal kurz ein loch runter ne hier und zack ach das noch ich habe nicht mal volles leben aber vielleicht hilft mir helfen mir ja meine skills wenn ich sie beide benutze wie gesagt du hast auch einen dritten den du im menü ausrüsten könntest kann ich jetzt du hast neun skills ja aber könnte ich das jetzt machen ach du hast direkt ja ich glaube du hast recht vielleicht noch nicht so und fern schaust und das wäre schaust 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 Also ich fand Honner, Honner, Honner besser. Ja stimmt, das war cool. Und ich würde sagen, wenn du das nicht stimmt, schaffst du es auf jeden Fall. Das ist die Frage, ich habe blöderweise ja auch gerade kein, nicht mehr viel Leben. Und äh, oh ne. Das war's mit mir. Oh, 5 Minuten 50 stand da was, oder? Ja, ich weiß nicht, ob die Zeit beim Checkpoint resettelt. Äh, verdammt. Nein, ich glaube eher nicht. Oh doch. Tut sie. Tut sie sogar. Cool. Okay, was mache ich jetzt? Heilen? Lieber als? Du wirst lieber auf Heilung konzentrieren müssen. Das heißt, auf Gute hast du, dann hast du dir auf Gute zwei Lebensleisten. Ja. Fast. Wenn du dreimal heilst. Wenn du dreimal heilst. Rums. Waaah. Jetzt mache ich ein, ey guck, guck, ey so das. Ja. 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 Nein, 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 nicht den großen. Baaah. Jetzt läuft er immer richtig. Ich frag, ich frag was anderes, ne? Keine Ahnung. Oh. Lazy razor. Razy razor. Razy razor. Oh nein. Keine Ahnung was ist es, aber ich muss mich heilen. Au. Oh. Oh, und komm schon. Jetzt ist er weg. Okay. Alter. Wir haben noch gar nicht drüber geredet, dass hier in dem Spiel tatsächlich ein Coach Potato ein Endboss ist. Ja, eine Kartoffel als Boss, das hat man nicht mal einen Mega Man. Potato Man. So, Mission erfüllt. Also, ähm, wir könnten es ja theoretisch nochmal probieren, jetzt mit den Shattern und allem. Wenn du diese Zeit endgültigst. Oh! Oh! Oh, das wird besser als... Clear Time sieht gut aus. Rang B haben wir schon mal. Huh? Mhm. Nanoship 98x3? Yeah! Antigravitations-Engine, okay. So, mal gucken, was wir jetzt dafür kriegen, dass wir die Challenges geschafft haben. Ob das jetzt irgendwie... Oder? Hm. Ist doch. In 7 oder weniger. Ich glaube, der erste ist, äh, die erste Stage. Oh, hier gibt's ja sogar das Ding. Ne, dann müssen wir das nochmal machen. Achso, die... Es geht um die erste. Oh, ja. Ah, und ich glaube, die, ja, die Sub-Acchordic wäre für die eines der anderen gewesen. Stimmt. Okay, okay, dann nochmal die hier. Okay. Oh Gott, das wird schwierig jetzt ohne, ohne die, äh, Shutter. Oh. Das sind nämlich viele. Äh, warte mal, wenn die Shutter vorbei sind, war das dann alles schon, oder? Also, wenn die das erste Mal vorbei sind, ich glaube, dann waren keine Shutter mehr, ne? Also, du sollst natürlich versuchen, so schnell, oh Gott. So durch wie möglich. Einfach durchrasseln, ne? Ja, einfach immer die Wahl zu rennen. Gratsch. Ja, komm schon. Also, die Stage in der Zeit hinzubekommen, das sollte ja nicht das Problem sein. Das waren jetzt 15 Sekunden für den ersten Korridor. Oh, 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 jetzt, jetzt. Deswegen, deswegen sieben Minuten. Ja, was? Ich merke schon. Hier, wegen dem Aufzug. Achso. Brrrr. Wenn du drüber nachdenkst, der Aufzug ist vom Spieldesign her gar keine so schlechte Idee. Man sagt dem Spieler, du hast dieses Elektro-Feld. Ja. Und dann musst du erst mal eine halbe Minute warten und darf und kann im Beruf spielen. Boah. Boah. Erfolg, Wahlzeichen. Und? Wow. Oh, yeah, Mann. So, jetzt kam nichts mehr, oder? War, Kammin, kam nicht sofort der Zug jetzt? Ja, ich meine, jetzt kam, äh, es kam kein... Auf dem Zug können keine Schutz-Shuttle existieren, oder? Gut. Oder? Ich meine, es ist auch offen. Da kann auch kein Shuttle sein. Nee, ist auch nicht. So, dann zack, zack, zack. Check das miteinander, die zuriegenbe sol Anyways. Bin responderst. Bis zum nächsten Mal. daddy 대 Spoilerade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. foll old Tip Ron. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.